Musik Hi Leute und ein herzliches Willkommen heute zu einem Video zu Maxi Spacen-Angriffe Ich lade das Video jetzt zum zweiten Mal hoch, weil beim ersten Mal war es asynchron und ich entschuldige mich auch, dass ich die letzten Tage keine Videos gemacht habe, weil ich war krank und auch nicht in der Schule Und ja, wir kommen gleich hier zum Angriff von der Rosi Am Ende dann noch Infos zu den 1000 Abonnenten und 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 ja genau, also habt ihr es gerade gesehen Das Packer mit einem Hit hat die Bogey Queen zerstört Natürlich im Wutzauer, hier die Mauerbrecher machen perfekt den Weg bis nach vorne frei Die Packers schlagen jetzt auch den richtigen Weg ein Jetzt kommt die Clanburg heraus Außen läuft der Barbarenkönig Hier kommt jetzt das Packer Drei Packers gegen einen Packer Sie blitzt hier jetzt auch noch das Packer weg Ich weiß nicht, ob es so viel gebracht hat Die Queen hat das Grathaus zerstört Der Einzelziel Infano geht jetzt aufs Gollum Der Barbarenkönig läuft außen herum Die 50% hat sie erreicht Die Bogey Queen geht auf die Mauer, wird vom Blitzzauber angegriffen Jetzt geht der Infano auf die Bogey Queen Aber sie hat noch ihre Ability Und jetzt tut es auch beenden Weil sie hatte die 50% schon Und Rathaus, was will sie mehr Und ja, Superkampf 17 Pokale und das bei fast 4100 Pokalen insgesamt Und ja, kommen wir zum nächsten Angriff So, jetzt zum nächsten Angriff von Dober Auch eine Max Base Das war jetzt mehr so auf Das war mehr so Hammer-Modus von Dober hier Er hat hier einfach Ja, er hat selber zu mir gesagt Das war jetzt nicht der schönste Kampf Er hat einfach alles hingesetzt Aber hat gut funktioniert Die Mauerbräucher laufen vielleicht nicht perfekt Aber ja, machen den Weg ziemlich gut frei Hier kommen 30 oder 35 Barbaren Das ist jetzt ein ganz neuer Trend Es gibt jetzt immer mehr Die Barbaren und Burgis in der Klamburg haben Weil das einfach die Helden und die Packers aufhält Weil, ähm, ist ja egal Die Helden brauchen einen Hit, um eine Truppe zu zerstören Egal, ob das jetzt ein Magier ist oder ein Barbar Und wenn es natürlich 35 Truppen sind Das dauert eine Weile, bis die weg sind Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee Hier die Bogey Queen mit Ability und im Wutzauber Macht das Rathaus natürlich ganz schnell down Und hier hat er auch noch, ähm, die ganzen Gefrierzauber Hat er irgendwie ein bisschen vergessen Er setzt gleich auch nochmal ein Ähm, ja, die hat er sich gespart Die hätte er vielleicht oben früher setzen können Am Rathaus Weil er war dann doch ein bisschen knapp mit seiner Bogey Queen Und hier kommen jetzt die Teslas raus Und ja, ein Gollum ist noch im Spiel Der Barbarenkönig ist gerade down gegangen Und ich fand, also das war wieder ein wirklich richtig spannender Kampf Weil das Rathaus war nicht sicher Also da hat er ein bisschen Glück gehabt Oder, ja, es war Können eigentlich Er hat ja alles so gesetzt Und ja, Angriff mit 4 Packers, 12 Magier, 2 Golems So, jetzt Angriff von Lorenzo Auch wieder eine Mag-Base Also ich liebe diese Mag-Basen Ich suche sie mir auch manchmal selber Auch wenn ich nicht viele Pokale dafür bekomme Ja, okay, jetzt ganz kurz Außen immer zuerst eine Magier-Reihe Das heißt, die Gebäude sind außen herum weg Das heißt, die Packers laufen schön in die Mitte Dann natürlich am besten das Golem voran Als Kugelfang Oder die Packers Dann kommen die Helden Dann kommen die Mauerbrecher Dann kommt meistens der Gefrierzauber irgendwann Und hier gefriert er super Die Level 40 Queen mit ein Also das war nicht schlecht Den Gefrierzauber hat er vielleicht ein bisschen falsch gesetzt Aber im Großen und Ganzen Jetzt ein Blitzzauber hier auf die Clanburg Hexe weg, Magier weg Und ja, jetzt wäre es gut, dass er irgendwie An die Boge Queen dahin kommt Seine eigene Boge Queen hat gerade das Gathaus zerstört Der Einzelziel-Inferno geht jetzt auch auf die Boge Queen Jetzt seht ihr, wie schnell die down geht Das ist wirklich krass Und ja, jetzt hat er 44% Die Magier hier Gehen jetzt auf die Boge Queen Und zerstören quasi auch kein Gebäude mehr Das war jetzt nicht so gut Aber er hat ja zur Sicherheit Immer ein paar Bogeys dabei Die er dann ganz clever gesetzt hat Hier setzt er auch nochmal ein Bogey Gleich sollte er hier noch einsetzen Dann der Magier hier Hier unten hat er jetzt eben auch noch ein Bogey gesetzt Hier bei der Kasane Level 10 Genau Und jetzt hat er 49% Jetzt lassen wir das mal zu Ende laufen Und ja, wirklich ein super Angriff Das könnt ihr euch merken Also wenn ihr mal Meister oder so seid Nehmt so ein paar Bogeys zur Sicherheit noch mit Die bringen euch sichere Prozente Und heute kommt auch noch ein Bogey Ein Video Wie werde ich Champion nur mit Bogeys Einer in meinem Clan hat das jetzt auch gemacht Und der ist jetzt schon bei Meister 2 Und hat volle Ressourcen Er hat volles dunkles Elixier Volles Gold Weil natürlich in den Sammlern immer ein bisschen Gold ist Und meistens steht ja auch noch ein Lager mit draußen Und ich sehe es auch bei ihm Also bei ihm ist das viel viel einfacher Noch wie in der Champion Liga Also jeder sollte mit Bogeys Level 5 Oder Bogeys Level 6 Bis Meister 2 kommen Und es werden jetzt auch ein paar Specials kommen Weil ich habe ja die 1000 Abonnenten Und es wird auch ein riesen riesen Special Bei 5000 Abonnenten kommen Da werde ich nämlich dann einen Account verschenken Level 60 oder Level 70 Und ja, freut euch drauf Macht's gut Bis heute oder morgen Ja, ciao